Hast du dich schon immer nach einem leistungsstarken, umweltfreundlichen und stylischen Elektroroller umgesehen? Dann bist du hier genau richtig. In unserem heutigen Video präsentieren wir dir die besten Elektroroller am Markt. Alles, was du wissen musst, um die perfekte Wahl für dich zu treffen. Lass dich von der Leistung, Reichweite und dem Design dieser Fahrzeuge begeistern. Bleib also dran, denn gleich geht's los mit den Besten der Besten. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Mobilität immer wichtiger werden, stellt der Horkley 2.0 eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen dar. Dieser Elektroroller vereint Leistung, Reichweite und Komfort in einem eleganten Design. Ob als Pendlerfahrzeug oder für die Freizeit, der Horkley 2.0 könnte für viele eine spannende Option sein. Lassen Sie uns gemeinsam einen genaueren Blick auf dieses Modell werfen. Mit seinem 3000 Watt Elektromotor bringt der Horkley 2.0 ordentlich Power auf die Straße. Er erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 45 Kilometer H und ist damit flott unterwegs. Dank des leistungsfähigen 60 Volt 20 Apa Lithium-Ionen-Akkus schafft er eine beachtliche Reichweite von bis zu 60 Kilometern. Das bedeutet, dass man weite Strecken zurücklegen und auch längere Touren unternehmen kann, ohne sich Sorgen um die Reichweite machen zu müssen. Das Äußere des Horkley 2.0 überzeugt mit einem modernen, eleganten Design. Der Rahmen aus Aluminium sorgt für Stabilität und Leichtigkeit zugleich. Die Verarbeitung wirkt hochwertig und durchdacht. Auch Details wie die LED-Beleuchtung, das farbige Display und die Scheibenbremsen tragen zum guten Gesamteindruck bei. Der Elektroroller macht optisch eine sehr gelungene Figur und lässt sich sicher und bequem fahren. Der Horkley 2.0 ist ein überzeugender Elektroroller, der in puncto Leistung, Reichweite und Verarbeitung überzeugt. Er bietet ein attraktives Gesamtpaket für alle, die nach einer umweltfreundlichen, zuverlässigen und komfortablen Mobilität suchen. Ob für den täglichen Pendelverkehr oder einfach nur zum Spaß fahren, der Horkley 2.0 ist definitiv einen genaueren Blick wert. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werfen wir einen Blick auf das Smart EC Track Minus 28D Tracking Pedelec. Dieses E-Bike bietet eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Sicherheit und Komfort. Mit seinem 250W Hinterradmotor und dem herausnehmbaren 36V, 13Ah Akku erreicht es eine Reichweite. Von bis zu 90 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde. Besonders das Tektro Brems-System mit Sensoren sorgt für ein sicheres Anhalten. Indem es den Motor sofort stoppt, sobald die Bremshebel betätigt werden. Ein weiteres Highlight des Track Minus 28D ist das große LCD-Display mit 5 Leistungsstufen. Das es ermöglicht, das Fahrverhalten ideal anzupassen. Das 7-Gang-Schaltsystem von Shimano bietet zusätzliche Flexibilität. Während die gefederte Santour Vordergabel und der Selle Royale Sattel auch auf holprigen Wegen für hohen Fahrkomfort sorgen, der Leistungsstärke Heckmotor und die Anfahrhilfe bis zu 6 km pro Stunde machen das Fahren in der Stadt und auf längeren Touren zum Vergnügen. Das Smart EC Track Minus 28D ist nicht nur für den täglichen Weg zur Arbeit oder den Einkauf geeignet, sondern auch für ausgedehnte Radtouren ins Grüne. Es vereint edles Design mit Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit und bietet dabei eine sehr effiziente Energienutzung. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an, um alle Details zu erfahren und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Elektroroller, der sich perfekt für die Stadt eignet, dann könnte der Elektroroller Falcon 3400 genau das Richtige für Sie sein. In diesem Produktreview werfen wir einen genaueren Blick auf dieses Modell und zeigen Ihnen, warum es sich lohnen könnte, genauer hinzuschauen. Der Elektroroller Falcon 3400 beeindruckt mit seinen beeindruckenden technischen Spezifikationen. Mit seinem 3400 Watt Motor erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km h und bietet damit ausreichend Power für den Stadtverkehr. Dank des herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akkus kommt der Roller auf eine Reichweite von bis zu 80 km, mehr als genug für die täglichen Fahrten. Besonders praktisch, der Akku lässt sich in nur 2-4 Stunden an einer normalen Haushaltssteckdose aufladen. Nicht nur technisch, sondern auch optisch weiß der Falcon 3400 zu überzeugen. Das elegante, moderne Design in grün sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt auch für Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Die hochwertige Verarbeitung vermittelt ein Gefühl von Qualität und Langlebigkeit. Dank der leichten Bauweise von nur 55 kg lässt sich der Roller zudem bequem transportieren. Zusammengefasst bietet der Elektroroller Falcon 3400 eine überzeugende Gesamtpakete aus Leistung, Reichweite und Design. Ob als umweltfreundliche Alternative zum Auto oder zur Erweiterung Ihres Mobilitätskonzepts, dieser E-Roller macht auf jeden Fall eine gute Figur. Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen und spaßigen Elektroroller ist, der sollte den Falcon 3400 unbedingt in Betracht ziehen. Und das war's für heute. Wie du gesehen hast, gibt es wirklich eine ganze Reihe fantastischer Elektroroller, die all deine Ansprüche erfüllen. Egal, ob du auf der Suche nach Tempo, Reichweite oder einem coolen Appearance bist, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Jetzt liegt es an dir, dich für dein Traummodell zu entscheiden und loszulegen. Lass es uns wissen, welcher Roller dein Favorit ist. Bis zum nächsten Mal, dein Team von Beste Elektroroller.